Ein modernisiertes Fünfzimmer-Ein-Familienhaus ist hier zur Miete frei. Es liegt in Speyer-Süd. Das Gebäude verfügt über einen Keller und zwei Garagenparkplätze. Es hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstützfläche von circa 700 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von 160 Quadratmetern. Die Gesamtmiete der Immobilie beläuft sich auf 1290 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.